Meine Damen und Herren, Sie sehen richtig, mein Name ist Pantau und das ist ein Web-Exklusiv vom Neo Magazin Royale. Bei mir ist Jürgen Domian immer noch. Die Sendung war am Donnerstag bzw. Freitag und du sitzt immer noch hier? Ja, ich find's so super hier. Die Menschen sind so toll und es gibt so tolle Getränke. Wir spielen entscheidend, das funktioniert folgendermaßen. In diesem Hut sind Entscheidungsfragen und wir ziehen abwechslend Entscheidungsfragen, lesen sie laut vor und müssen uns dann für eine der Varianten entscheiden. Man muss sich entscheiden. Ein gutes Spiel. Ich hoffe, dass ich das ohne Lesebrille lesen kann. Sonst lese ich es dir vor. Ist aber relativ groß geschrieben. Hättest du lieber einen Parker von Kane West oder eine Weste von Peter Parker? Tja. Ich entscheide mich für die Weste. Weste von Peter Parker. Okay. Nachvollziehbar. Weiter geht's. Wärst du lieber ein sehr schlechter Fußballprofi oder ein hoch angesehener Eiskunsttänzer? Also ganz klar Eiskunsttänzer. Was für eine tolle Sportart. Ich hab mal einen Dreh gehabt, wo ich auch auf dem Eis drehen, und da war ein Profi dabei. Wahnsinn. Athletisch, können ihren Körper beherrschen, sexuell, müssen sich nicht festlegen. Bisschen schwul. Naja, würde ich nicht sagen schwul. Ich sag mal, man ist da sexuell offen einfach als Profifußballer. Es ist schwieriger. Von daher ist es Eiskunstläufer, ganz klar. Ich meine, die sind ja auch sexuell offen. Die Fußballer, ja. Könnte ich dir Sachen erzählen? Ja, ich sie auch. Ich könnte dir auch Sachen erzählen. Erzähl ich aber nicht. Nee, man hört ja relativ schnell ein Jahr in den Medien, und du weißt direkt, wer in der Nationalmannschaft ist. Hättest du lieber eine Maultasche von Louis Vuitton oder eine Gürtelrose von Dolce & Gabbana? Ja, eine Maultasche natürlich. Ja, also wer will Gürtelrose, weil das... Gürtelrose ist, glaube ich, das ganze Übung. Ja, da denken die Leute, die das geschrieben haben, unser billiges Autorenteam, dass Gürtelrose so eine harmlose Krankheit ist, wie Pickel, aber das ist eine Nervenkrankheit. Das ist mega schlimm. Wir hatten mal einen in der Schule, der hatte Gürtelrose, der ist zwei Jahre nicht gekommen. Ja, das ist immer. Würdest du lieber mit Sebastian Idati eine Toys-Aus-Filiale eröffnen oder einen Stripclub mit Jack the Ripper? Ja, also ich glaube, weil Sebastian Idati hat letztlich nichts gemacht, was strafrechtlich relevant ist. Der ist auch nicht verurteilt worden, sondern das Verfahren wurde eingestellt. Warum sollte man nicht mit Sebastian Idati eine... Ja, aber wo ist die Toys-Aus-Filiale? Wahrscheinlich in Mordor oder sowas. Aber würde ich auf jeden Fall mit Sebastian Idati machen. Sicherheitshalber. Mord ist so, also Jack the Ripper, so ein Serienmörder, ich glaube, die sind nochmal ein anderes Kaliber. Würdest du lieber deine Festplatte korrekt auswerfen oder deine Sackhaare sicher entfernen? Hä? Ich würde natürlich sehr gerne meine Festplatte korrekt auswerfen. Ja, ja. Hättest du lieber eine leichte Erkältung, die sich gewaschen hat, oder eine schwere Sexualpartnerin, die sich nicht gewaschen hat? Jetzt bin ich gespannt. Ja, ich bin, wie gesagt, offen für alles und ich habe gehört, dass Cindy einen ganz guten Vertrag bei Sat.1 hat. Warum nicht? Also, Cindy, call me. Komm, einen noch jeder. Würdest du lieber Schäuble gegen Schienenbein treten oder einem süßen Pony ins Gesicht schlagen? BAM! Nimm das, du Pony! Das ist jetzt sehr schwer. Ja, aber was? Du weißt, also, weißt du sicherlich auch, was gar nicht gut ankommt beim Gebührenzahler da draußen, ist Tierquälerei. Ja, aber Behinderte treten auch nicht. Ja, aber der ist ja, Wolfgang Schäuble ist ja quasi, der macht seine Behinderung weg durch ein hohes Amt. Das ist ja quasi, der Cut auch, glaube ich, hat der einen Behindertenausweis? Ja, natürlich. Meinst du wirklich? Ja, klar. Aber er muss ja nie mit der Bahn fahren. Nein, aber... Ist eh mal eine interessante Frage. Also, ja, aber hat Wolfgang Schäuble ein Behindertenausweis? Wofür? Weil alle wissen ja, dass er Wolfgang Schäuble ist. Ich weiß gar nicht, ob man den automatisch bekommt, wenn man... Oder ob man ihn beantragen muss? Es kann natürlich sein, wenn man ihn beantragen muss, dass er ihn nicht hat. Das kann sein. Weil er eh alle Vorzüge genießt. Ja, ja, eben. Also, er hat ja, ich meine, er hat das maximal komfortable Leben. Tja. Und ich hab mal richtig Ärger mit seinem Handicap, wollte ich sagen. Ich schalte mich trotzdem. Die Leute sind zynisch. Ihr seid zynisch. Weil die denken nicht, dass ich schlechte Sachen denke. Aber ich meine, das ist ganz positiv auf eine Art. Was ich noch kurz erzählen wollte zum Thema Tierrequem. Den größten Ärger, den ich mir immer mit einer Radiosendung eingehandelt habe, war, als mein Kollege Olli Schulz in einer Radiosendung erzählt hat, dass er früher als Jugendlicher in den Wald gegangen ist und Meerschweinchen und Katzen auf Holzbretter gedübelt hat. Das hat er sich natürlich nur ausgedacht. Aber es gibt nichts, was Deutsche so sehr auf die Barrikaden bringt. Also, weißt du, so Antisemitismus, na ja, okay. Ich meine... Das kann ich bestätigen. Wenn wir in der Nacht Themen zu Tieren haben und wehe, da bin ich auch sehr vorsichtig, wenn ich sag da ein falsches Wort, weil ich bin nicht so der Katzenfreund. Und wenn ich das dann schon mal so irgendwie sage, kommt das nicht gut. Also, was würdest du machen? Ja, ich glaube, ich würde dem Pony ein einzelnes Gesicht geben. Das kann man nicht mehr toppen. Das war Entscheide Dich mit Jürgen Domian. Wir sehen uns am Donnerstag mit Josef Fader. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.